Minecraft ist mit über 300 Millionen Verkäufen das mit Abstand am meisten verkaufte Videospiel aller Zeiten und da kann man sich zurecht fragen, kommt irgendwann an Minecraft 2? Und tatsächlich hat Mojang vor einigen Jahren Minecraft 2.0 angekündigt, was zu der Zeit zwei Jahre in Entwicklung gewesen sein soll und erstmal exklusiv für YouTuber veröffentlicht wurde. Ja, es war im Endeffekt ein April-Scherz, aber die Version ist tatsächlich super interessant. Hier gibt's weirde Dinge, neue Mobs und sogar Features, die es einige Jahre später ins richtige Spiel geschafft haben. In diesem Video schauen wir uns Minecraft 2.0 also mal etwas genauer an und sprechen darüber, was da damals so abging und was dieses Update zu bieten hat. Jetzt kann ich Crymax seine Reaction auf mich vielleicht wieder so nennen. Ey, cool! Am 1. April 2013 ist ein Blogpost auf der offiziellen Mojang-Seite aufgetaucht und hier wurde Minecraft 2.0 erstmals und das einzige Mal angekündigt. Mit Features wie zum Beispiel einem ultra-realistischen Grafikstil mit 4D-Rendering, einer neuen 3D-Kamera oder sechs neuen Biomen sollte das Spiel aufs nächste Level gebracht werden und genau das durften sich dann ein paar ausgewählte YouTuber anschauen. Ja, auf der Seite stand auch sowas wie, dass Hühner weitere Hühner spawnen würden, wenn man sie angreift, dass man jetzt ein Magie- und Glück-Level hätte oder dass das Kampfsystem jetzt rundenbasiert wäre und das gab's dann actually nicht im Update. Aber einige Sachen haben es schon reingeschafft. Ich hab zum Beispiel zum Testen dieses Huhn hier geschlagen und ja, ihr seht ja, wie's geendet ist. Zum Zeitpunkt dieses Updates war Minecraft übrigens auf der Version 1.5.1 und hier kamen gerade erst die ganzen Redstone-Items ins Spiel, Quarz wurde eingeführt und die Lava-Textur wurde zum Glück von dem hier auf das geändert. Auch der River kam erst wenige Monate davor raus und hier gab's tatsächlich noch nicht mal Pferde. Auf jeden Fall durften einige YouTuber Minecraft 2.0 ausprobieren und einem YouTuber wurde damals sogar ein eigenes Item gewidmet. Mit drei TNT kann man hier nämlich ein Ifo-Slap craften, was quasi einfach ein TNT-Slap ist und wenn man das sprengt, gibt's die Chance, dass zusätzlich Anvils spawnen. Ich kannte ihn bis vor kurzem zwar nicht, aber Ifo-Slap ist anscheinend ein ziemlich großer Minecraft-YouTuber, der bis heute Videos macht und damals dafür bekannt war, andere Spieler mit Anvils zu killen. Das Item heißt ja wie gesagt Ifo-Slap, also versteht ihr? Wegen... Aber im Ernst, ich find's echt cool, dass YouTuber, die Minecraft ja auch supporten, so ins Game eingebunden wurden. Sowas fände ich in der heutigen Zeit immer noch echt cool, aber ich glaub nach der Übernahme von Microsoft ist sowas echt unrealistisch geworden. Ich warte immer noch auf das GHG-Item. Es gibt aber natürlich auch einige andere Features, die nichts mit YouTubern zu tun haben und später sogar ins richtige Game reingekommen sind. Da hätten wir zum Beispiel Pferde, was im Endeffekt einfach nur Schweine und Kühe mit einer anderen Textur sind und auf denen man nicht mal wirklich reiten kann, Kohleblöcke, die man eben aus neuen Kohle craften kann und gefärbtes Glas in allen möglichen Farben. Ich glaub die Entwickler haben das einfach mal eingebaut, um zu schauen wie das Feedback von der Community dazu ist und da es gut war, haben sie es später ins richtige Spiel reingepackt. Oh, und wenn dieses Chicken schon hier ist, kommen wir direkt zu den komplett weirden Features. Es gibt neben normalen Chickens jetzt nämlich auch Diamond Chickens, die Diamanten oder Lapislazuli droppen können und zu einer gewissen Chance random explodieren können. Auch andere Mobs können explodieren, aber die muss man dann dafür füttern. Je öfter man zum Beispiel ein Schaf füttert, desto dicker wird es eben und wenn es zu viel Essen bekommt, dann explodiert es halt. Schafen kann man aber auch goldene Äpfel geben und dann fliegen sie in die Luft. Ja. In dieser Version gibt es aber auch einen komplett neuen Boss, den man mit pinker Wolle, einem Blumentopf und einer Rose spawnen kann, der basically ein netter River ist. Anstatt die Welt zu zerstören, spawnt er nämlich Blumen und wenn man ihn mit Zucker füttert, bekommt er mehr Köpfe und heilt alle Mobs um ihn rum. Außerdem verfolgt er einen permanent mit Herzpartikeln, was ziemlich nervig sein kann. Einer der letzten veränderten Mobs ist übrigens der Redstone Bug, der spawnt, wenn ein Redstone-Fehler aktiviert wird und das ist basically einfach nur ein Silberfisch mit einer anderen Textur. Zombie-Pigment tragen jetzt auch sogenannte Battle-Signs und damit fängt man dann an zu brennen, wenn man getroffen wird. Okay? Das wären an sich so ziemlich alle veränderten Mobs, aber es gibt tatsächlich noch mehr weirde Features. Packeln können nämlich nach einer Zeit random ausgehen und das war sogar mal unironisch für ein Minecraft-Update geplant. Zum Glück kam das bisher nicht ins Spiel rein und ich hoffe einfach mal, dass das weiterhin so bleibt. Was auch nicht ins richtige Spiel reinkam, ist die Änderung am Dropper. Der heißt nämlich jetzt Lopper und ganz egal, was man da reinpackt, da wird immer Fisch rauskommen. Wieso auch immer, aber das ist ja halt so. Wenn man by the way versucht, Blöcke abzubauen, dann besteht eine kleine Chance, dass die Blöcke so kleine Sprechblasen haben und sich quasi darüber beschweren, dass sie zerstört werden. Und ey, da gibt's echt viele Variationen. Die groß angepriesene neue Heizmechanik bei Öfen ist übrigens einfach das Öfenrauchen, was sogar ganz cool ist. Also, wieso haben wir das nicht im normalen Game? Und eine gewisse Chance haben, nach einer Zeit einfach zu explodieren. Irgendwie explodiert in dem Update echt viel und naja, im neuen Game-Mode gibt's eben auch wieder Explosionen. Hier wird nämlich der neue Super-Hostile-Game-Mode eingeführt und in diesem Modus spawnen alle paar Minuten komplette OP-Mobs aus einer Explosion heraus, wogegen man eigentlich überhaupt keine Chance hat, egal was für ein krasses Equipment man hat. Bro, alle Creeper sind komplett aufgeladen und Skelette haben teilweise verzauberte Diamant-Rüstung. What the fuck? Das ist anscheinend auch eine Anspielung an den YouTuber Vex oder X? Ich hab keine Ahnung. Es ist aber natürlich trotzdem cool, dass es da wieder einen Bezug zu einem Minecraft-YouTuber gibt und ja, sowas sollte es öfter geben. Das letzte Feature der Version, über das wir noch nicht gesprochen haben, ist by the way der Super HD-Graphics-Mode. Und wenn man den aktiviert, dann wird fast alles im Spiel schwarz-weiß. Ja, das ist leider echt nicht so spektakulär und es gibt safe coolere Neuerungen in dem Update. Aber auch das ist sozusagen später ins Spiel reingekommen. Bis zur 1.8 gab's nämlich die Super-Secret-Settings und wenn man die aktiviert hat, hat sich immer irgendein Random-Effekt aktiviert. Da gibt's ziemlich viel Random-Zeug, aber eben auch so einen Schwarz-Weiß-Mode, weshalb man schon sagen könnte, dass dieses Feature wahrscheinlich vom Super HD-Graphics-Mode inspiriert ist. Ich check by the way bis heute nicht, wieso das aus den Settings entfernt wurde, weil eigentlich war das ganz cool, aber okay, Mojang, schade. Und das war so ziemlich alles, was es in Minecraft 2.0 zu sehen gibt. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr von dem Update wusstet und was ihr davon haltet. Und wenn ihr ganz cool sein wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Der Kommandant wurde ausgeschaltet. Der Fahrer wurde verwundet. Das war anschaut.